Gewonnen. So, und das machen wir als mobilen Trupp fertig. So. Feuer! Wo ist der Kirov? Da. So, das war das erste Stadion. Ach so, ich hab schon Fahrzeuge vor uns. So. Okay, das war's. So. Zack, sammeln wir erstmal wieder ein bisschen. Äh, Zola, ist alles schön, sind's hier runter und war heute auch so runter, ist kein zum Stimmt, was ich als erstes installieren soll. Reich Panzer, bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Die Minute weg, was darf es sein? Wo brennt's? Sofort. Karmfeld, einsatzbereit. Okay. Bleibe unauffällig. Ich bin ganz rohr. Äh, warte mal, war das die Luft, Luftabwehrjets? Jawohl, die brauch ich auch. Äh, da kommt der Kirov auch da. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Bonjour, Commander. Will jemand mitfahren? Jawohl. So. Ich bin soweit. Feindliche Intruder entdeckt. Wo brennt's? Na, Maus. Okay. Erwarte Befehle. Auf geht's. Es ist noch eine Kirov gestartet. Will jemand mitfahren? Eine Einschießen wir den Feind in die Steinzeit. Woa. Gehen wir an. Apollo hier. Ich bin ganz rohr. Angriff. Alles klar, auf Sie. Wird gebaut. Bonjour, Commander. So. Weg mit dir. Da sind Atomsprengköpfe dran. Hallo? Vielleicht sind die Bomber geiles. Blöde Idee. Sehhaft ist noch eine bessere Idee. Dann kann ich nämlich direkt das hier unten nehmen. Ziel angreifen. Oh. Auf mein Strike-Team ist Verlanz. So. Bau abgeschlossen. Der Hafen ist fertig. Das war einfach. Sonst noch was? Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. So. Dann brauche ich dafür jetzt ein paar Flugzeugträger. Wird gebaut. Ich bin zu allem bereit. Da ist da eine Franzose im Panzer. Im Mirage-Panzer. Ich bin einsatzbereit. Was darf es sein? Ja, deshalb tarnt sich der Mirage auch immer, weil er eine Franzose drin ist. Und die Mirage-Panzer sind schon stark. Das ist, da gibt es nichts zu sagen. Mit Prisma-Technologie ausgestattet. Sie dürfen uns nicht sehen. Ich bin einsatzbereit. Mirage-Panzer bereit. Flugzeugträger verlässt den Hafen. Sehr gut. Flugzeugträger verlässt den Hafen. Es ist noch eine Kirov gestartet. Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Erwartung Befehle. So. Nächste Kirov-Startrahm ist erledigt. Sie sind ja noch lästiger als eine Fliege. Bzzz, bzzz, bzzz. Es wird Zeit für die Fliegenklatsche. Sie haben noch eine Kirov gestartet. Ich bin ganz hoher. Mirage-Panzer. Bonjour, Commander. Attacke. Hier ist es ziemlich gefährlich. Was darf es sein? Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Der macht keinen Ärger mehr. Erwartung Befehle. Ich bin ganz hoher. Wir fahren los. Ich bin einsatzbereit. Ich bin einsatzbereit. Na? Es ist noch eine Kirov gestartet. Bonjour, Commander. Will jemand mitführen? Erwartung Befehle. Starten die einfach alle Kirovs gleichzeitig. Ich bin einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Dieser Spazier wird sie gegriffen. Jetzt. Verstanden. Hey Mann, wie geht's? Auf ihn. Einentlicher Ingenieur entdeckt. Ich bin einsatzbereit. So. Erwartung Befehle. Reparatur läuft. Das Maskraftwerk schaust du dir eigentlich bei Gelegenheit. Okay. Shannon ist verwirrt und greift sich selber an. Noch eine Kirov gestartet. Einsatz bereit. Mirage Panzer bereit. Machen wir mal den Fünfträger fertig. Und zwei Mirage noch. Da fehlt einsatzbereit. So. Wo fliegt der hin? Der fliegt da hinten rum. Soll das weg. Commander. Kein Problem. Erwartung Befehle. So. Da fehlt einsatzbereit. Einsatz hat eigentlich was ist. Jawohl. Wollen wir sie uns? Nervisch dem Ziel. Flugzeugzeuger verlässt den Ruf. Ein Ruf. Unterwegs. Ich glaube, das war nicht zerstört. Wer wollte einen Mirage? Ich bin ganz froh. Was darf es sein? Bin unterwegs. So. Unterwegs. Wir haben noch eine Kirov gestartet. Eine Einheit wird angegriffen. Wer zweit zu anderen? Das ist unsere Chance. Sie dürfen uns nicht sehen. Jetzt oder nicht. ARV bereitet. So. Das ist erledigt. Eine Einheit wird entdeckt. Jawohl. So. Die Flanke ist offen. Es ist noch eine Kirov gestapelt. Oberhalten. Angriff. Will jemand mitfahren? So. Dann lassen wir noch ein paar Kreuzer fertig machen. Zerstörer. Entschuldigung. Ich weiß nicht was. So. Das ist auch erledigt. So. Dann fahren wir mit dem wieder eben hin. Was ist jetzt mit dem Handy los? Boah. Was trifft mich denn da? Oh. Zeitbombe bereit. Dann machen wir da jetzt platt. Geht zum Angriff. So. Holen wir uns das Start in deiner Mitte. Am Vergrößert sich die Karte dann noch mal lassen. Ich bin einsatzbereit. Unser Verbildeter wird angefressen. Unser Verbildeter wird angefressen. Spektral kanonne Feuer. Nähr mich dem Ziel. Wollen wir sie uns? Boah. Nähr mich dem Ziel. Will jemand mitfahren? Ich bin einsatzbereit. So. So, das ist jetzt der Start. Vorletzt. So, zack, zack, zack. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Ihr wählt Position wählst. Dann haben wir doch die Brombeuge. Dann wird ein paar SUVs mal bauen. Und dann bauen wir auch noch. Wir sind gebaut. Feindlicher Ingenieur entdeckt. ISV erwartet Befehle. Luftangriff. Angriff einleiten. Was sollen wir tun, Kommando? ISV erwartet Befehle. Verstehung Steuermann. Hauptgeschütz bereit. Was darf es sein? Was darf es sein? Ah, Mann. Zentrale bitte melden. ISV erwartet Befehle. Feuerbefehle. Teile uns ein Ziel und sind unterwegs. Räumt die Decks. ISV. Warten auf Befehle. Unser Stützpunkt. Wir hierher landen. Das Radar leuchtet auf. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Pondballflugläuten. Eine Einheit wird angegriffen. Geben Sie uns ein eigenes Reichweite Wohrück. An diesem Schiff kommt Ruhmann vorbei. Gefechtsstation. So. Das Radar leuchtet auf. Zack. Drei Bomber und dann müsste das Team jetzt erledigt sein. So, das ist mein Kirov Startrand. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, Sir. Das war ganz nach meinem Geschmack. Naja, ich denke, ich schreibe mal ein Buch darüber. Mich würde es freuen, wenn wir irgendwann mal ein Glas trinken, ja? Cheers, Commander. Wunderbar. Wie kann ich Ihnen nur danken? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das hätte eine Katastrophe geben können. Ja, als müsste der Angriff auf Moskau kommen. Kommt jetzt nochmal das Reich der aufgehenden Sonne oder ist das tatsächlich schon komplett besiegt? Sie haben die Brüder eiskalt erwischt, Commander. Sie werden sich fragen, was passiert ist. Wie es aussieht, ist alles, was Selinski gesagt hat, war. Das zu glauben fällt selbst mir schwer. Die Russen sind für alles verantwortlich, was in diesem Krieg passiert ist. Und nun geht es nur noch um eins. Und zwar um die vollständige Zerschlagung der Sowjetunion. Die Sowjets bereiten in Leningrad ihr letztes Gefecht vor. Sie werden Ihnen alles entgegenwerfen, was Sie haben. Sie nutzen die Kanäle, um die Festung zu sichern. Deshalb müssen Sie auf Marineeinheiten gefasst sein. Zerstören Sie den Rest der sowjetischen Kriegsmaschinerie, Commander. Ich weiß, Sie schaffen das. Und wenn alles vorbei ist, lade ich Sie in meine Wohnung ein. Auf ein kleines Siegesdinner. Okay. Die Kleine möchte uns wicken. Wir haben beschlossen, die sowjetische Führung zur Rechenschaft zu ziehen. Die Mobilmachung läuft. In Kürze werden unsere Truppen... Warren, kämpf mit mir an. Leningrad sind wir. Achso. St. Petersburg. Wir verkleinern ein paar MBFs, um sie durch die sowjetischen Linien zu schleusen. Wir lar verkommen. Wir sind zwei Wohl viene da. Bis drob Along hier. Vielen Dank.